äh gut hallo hier drehe ich mal den ton leiser denn das bringt mich auf den guten tag herzlich willkommen zurück bei playmobil fun in action ja diese seltsamen online spiel wie schon im zweiten part gesagt aus dem burg verlief flucht aus dem burg verlies ja ich hab noch mal den mr gamemaster 007 dabei ja noch einmal ja flucht aus dem burg verlies klingt interessant ja ein kleiner hinweis zu meinen videos also ich wird bald auch let's plays drehen ja da freue ich mich aber schon ja das abonnieren abonnieren uns beide okay du darfst lesen bitte helft mir treuer untertan die schurken von der drachenfestung haben meine meinen geliebten sohn günther den quirligen entführt und halten ihn im verlies ihrer burg gefahren richtig punkt 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 jetzt lese ich reißt die mauern die ist also reißt die mauern dieses garstigen kerkers nieder und ich werde euch wahrhaftig königlich benötet euch wer ist das er da nicht gesehen ich will das nicht lesen das wollte schon letztes mal nicht lesen ich habe das nämlich schon mal aufgenommen aber sowohl nichts gut auch der prinz denn ist knuffig ich weiß das ist das schwerste spiel der welt ich glaube ein playmobil von action echt man kann nichts dagegen tun überall ist es das spiel ist grauen nein ich schaffe es nicht oder auch doch nein schaffe ich nicht endlich frei wahrhaftiger seit tollkühlen nehmt 1.240 punkte als zeichen meiner dank als zeichen meines dankes warum nicht geld ich will geld das war es schon wieder oh mein gott das war es schon wieder ja ja bis zum nächsten mal und die aufnahme hat gerade mal zwei minuten drei zwanzig naja länger ich mache lieber schnell schluss sonst darf das auch okay dann ciao bis zum nächsten mal und tschüss